UNTERTITELUNG Guten Tag, ich bin Lilly Walter vom Rehabilitationszentrum für Blinde. Was kann ich für Sie tun? Ich kann alleine pinkeln. Sind Sie noch da? So was können Sie hören lernen. Ihnen steht auf einer Hand. Lass mich allein, geh weg! Wo willst du hin? Nach Hankelsk am Weißenmeer. Du kannst nicht alleine Zug fahren. Du weißt nicht, wie man einen Stock benutzt. Du kannst dich nicht anziehen, nicht lesen, nicht schreiben. Hallo? Ist da jemand? Du bescheuertes, blindes Arschloch! Hier ist nichts! Doch, du. Du bist immer da. Du gibst nicht auf was. Nein, ich weiß nicht, wo wir sind. Guck nach! Ich kann nicht. Ich bin blind. Scheiße! Eine Blinde? Siehst du wie pratt aus? Ich bin schön. Und woher weißt du das? Mensch, hör auf! Die Linke. Die hat zwei Geteile. Wenn Sie sich vorstellen, der Teller ist eine Uhr. Auf welchen Zahlen liegt dann das Essen? Bitte? 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 Das ist das, was ich nicht. Ich bin blind. 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 Vielen Dank.